Mein Name ist RH Engineering. Ich komme aus Schwarzenberg in der wundervolle Erzgebirge. Ich bin spezialisiert auf 3D-Printing-Produkten. Wir verwendeten unsere Produkte mit einem unigen Surface-Finishing. Die Designs, die ich jetzt auf dem Papier bringe, auf dem Tablet zeichne, die Ideen, die ich da jetzt habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, mit dem René von RH Engineering die Sachen auch umzusetzen, sprich 3D zu drucken. Es ist eine große Rolle. Es ist 1,3 Meter und es ist nur 3,5 Kilogramm. Und imagine, wenn man es aus Granite oder so machen würde, würde es ungefähr 100 Kilogramm. Am Anfang haben wir mit drei verschiedenen Teilen begonnen, um unsere Produkte zu produzieren. Aber nach dem Training sehen wir, dass wir von Körner zu Körner arbeiten können. Und es war möglich, die Teilen von 1,3 Meter oder sogar 1,4 Meter haben. Und das war sehr wertvoll für uns. Wenn ich das Teil dann fertig bekomme, kann ich die Beschichtung aufbringen. Die Beschichtung hat eben diese Besonderheit, die ist hoch belastbar, die ist wasserdicht. Die bedarf es natürlich handwerkliches Geschick, um gewissermaßen Optiken nachzuempfinden. Dann schiefer Rostoptik, Granit, Sandstein. Und somit haben wir von A bis Z ein individuelles Möbelstück, das der Kunde selbst vom Zuhause wieder begrüßt wird. Was man kennt, möchte ich einfach neu interpretieren, neue Designs entwickeln. Und das in Verbindung auch mit neuen Technologien, was mir ungeahnte Möglichkeiten auch schafft. Die Big Web 1. Die Big Web 1. Allows us to do everything we want. It allows us to produce every design we can imagine. zum nächsten Mal. Run the